Hallo und Willkommen zu Gleksworld. Heute zeige ich euch, was ihr gleich erwartet, ein Panzermodell. Aber nicht aus der Weltkrieg 2-Zeit, sondern aus der modernen Zeit. Das hier ist der Leopard 2 A6. Die neuere Version. Die neueste. Die neueste Version. Na jetzt öffnen wir mal. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Hier haben wir das Modell. Der Rio Park 2. Wollen wir ihn mal fahren lassen? Ja, wollen wir. Wir sind jetzt draußen und wollen ihn mal fahren lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.